Hallo Leute, willkommen zurück zu Octopath Traveler. Ja doch, guck, sie kann nochmal angreifen mit. Mit ihrem Bogen. Die Bogen ist wirklich... Was ist hier? Ich honor dich, mein Korin. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Mein turn. Jetzt bin ich bereit. Was nächst? Ich bin bereit. Jetzt haben wir leider nur keine Axt, ne? Naja, gut. Das tut ja relativ schnell. Und das war scheinbar keine gute Idee, sie anzukommen. Ah, Hilfe, was war das grad'n? Bug. Okay. Wir müssen sie jetzt halt wieder auf Stufe 12 fliegen, ne? Ich frag mich halt, ob das hier schon der Dungeon ist oder ob es noch einen gibt. Ja, mit Dungeons gibt's nicht. Aber ich meine halt, ob hier dann am Ende schon der Boss kommt oder ob das erst am Ende... War der nicht gegen Bo? Warum ist das wieder weg? Ich bin bereit. Ja, da. Ich bin bereit. Hier wir ab. Ich bin bereit. 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 Nein! Ich bin bereit. Ich bin bereit. scheinbar gibt es hier ein anderes areal also nicht zum buch der gutes welt aber auch gar nicht genug zeit gewesen um die überhaupt auf zu nevermind oder nee doch 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 das ist noch ein anderes areal der himmel sei gnädig das war keine jagd im namen des überlebenden die gisama sucht nicht nach nahrung der sinnstande nach zeitvertreib und sinnlosen blutvergießen aus keinem anderen grund metzelte sie diese menschen und tieren nieder als um uns ihre furchtbare stärke zu demonstrieren ich sehe euch zittern kleiner euer herz ist voller furcht ihr wart zeugen was diese bestie getan hat sie hat euch dazu gezwungen geduld ich werde zurückkehren und mich um die gefallenen kümmern doch zuerst sollen sie gerecht werden werdet ihr mein freund sie beschützen bis ich zurückkehre du hast meine danken ich bin bald wieder da famous last words gefressen und gefressen werden das ist das schicksal und das privileg aller bestien des waldes ein leben für ein leben so ist es seit anbeginn der zeiten aber um das vergnügens willens zu töten aus lust oder gier ist verrat am gesetz der natur jedes mal wenn eine kreatur sich mehr nimmt als sie braucht stirbt ein teil des waldes ich jage nicht nur um fürst kiarans leute zu beschützen es geht auch darum den wald selbst zu retten mit Das war's für heute. Ach, sie hat auch ne Axt sogar. Ach, geil. Das war's für heute. 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 Das war's. Ich habe's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Out of my way. Out of my way. Here. What's here. Ich bin bereit. Let's do this! Heh. Let's do this! I'm ready. Stay strong. Come in, if thou darest. Have at you! Victory! Okay, I'm ready. Don't touch. Parrying can actually everyone imagine what is meant to be. He's got his debuff of the springtime. Ich wollte die Waffen, das bringt nichts, weil wir ihn nicht angreifen können. Und er uns auch nicht angreifen kann. Obwohl doch, 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 wird er. Obwohl er uns gleich angreifen kann, kann das? Das kann jetzt langsam auch nicht mal weggehen, Junge. Oder muss man ihn dreimal angreifen, würde ich mal. Ja, man muss ihn dreimal angreifen, verdammt. So funktioniert das. I don't know. Ich muss es mit ihr einsetzen, die macht so viel Schaden damit, ey. Du kannst sowieso nichts machen. Du kannst erst mal deins aufladen. Therion allerdings. Wir haben zum Beispiel Laufbeuerfall. Verbreiten. 1.300 Schaden, ey. Ich wollte gerade schon sagen, wenn er jetzt nicht auf gelb ist, mindestens, dann wäre das krass. Das ist so, man an sich läuft. Wir müssen diese Charakter nicht mal auf das Level upgraden. So wichtig ist das jetzt nicht. Come in, if that. I am ready. How about you out of my way? Come in, if that. I am ready. What now? The battle I made is unbending. Watch my blade dance. Come in, die buffen wir ihn hier noch ein bisschen. I am ready. I am ready. Watch me now. Ah, easy. A life is given not in vain, for it will feed in others. Thou art of the forest now, and in the forest, naught is lost. Come in, my friends. This life belongeth to all. The animals that eateth the grass becometh food for the animals that eateth meat. The eaters of meat in their turn feedeth those yet stronger. And when the strongest of all dieth, his life is returned to the forest. His flesh feedeth the soil, the grass. His blood becometh sap, his bones wood. He becometh the fruit of the plant eaters, and the circle beginneth once more. Hör zu, Mädchen. Ein Jäger zu sein, wieder Leben zu nehmen, aber nur um es selbst zu überleben. Vergiss niemals, es ist eine heilige Pflicht weiterzuleben. To survive'n, and honor'n those felled by thine own arrows. Heh. As long as he speaketh only of hunting, he is the wisest of men. If only that were all he cared about. Ah, the hunt is over. Now it is time to tend in to the fallen. Good day. Now it is time to rise. Right. r